Und schon wieder was von Fritz gehört? Ne, was macht der Typ eigentlich? Äh, Napsiker rumgesitzen und wir sind hier im kalten Winter. Hm? Ja, schon. Was will der denn jetzt schon wieder? Boah! Mein Ernst! Jawohl! Der Luger hängt da ein bisschen kumm. Das ist normal. Ich habe einen Nutzen entdeckt. Ganz alleine. Es will, dass ihr ihn euch holt. Wieso, was sollen wir das machen? Wir sind keine SS. Ich bin der Kommandant und ich gebe ihr die Befehle. Mhm. Ich bin der Scharfschützer und ich... Macht ihr es jetzt oder nicht? Hm. Was meinst du? Ich überlasse dir das. Was? Du kommst mit ihm. Er ist noch jünger als du. Mhm. Du kommst jetzt mit. Dann gehen wir. Los! Kaiser! Schieß nicht! Habt ihr uns gesehen? Was ist denn? Ich sehe ihn. Ich habe ihn gesehen. Ich weiß nicht, ob der uns... Der hat uns gesehen. Und er hat sich gerätlaughs. Komm her! Ja, Russi! Der General! Jamin! Komm mal mit! Ich nehme die Waffe ab! Herr damit! Herr damit! Dabei! Dabei, Russi! Dabei! 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 Vielleicht kriegen wir ja was von unserem Offizier. Der Schal ist eigentlich auch zu genau verwandt. Dabei! Dabei! Du Luki, was schnell ist, du! Wo ist der Russe? Den haben wir gehen gelassen. Was habt ihr getan? Lebe wo, du Scheißnapp! Warte, warte! Lebe wohl! Lebe wohl! Ist er tot? Er ist tot. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Mhm. Gehen wir weg. Sveriges Vielen Dank.